Ich hab gehört, du bist die ganze Zeit bei deiner Tante. Hängst auf ihrer Kauz ab. Zusammen mit meiner Frau und der Kleinen. Das hat man. Aber naja, das, was du so machst, kann nicht jeder. Ja, was mach ich denn? Ich werd nur verarscht, Ray. Was denn mit der Kohle? Ja, sie sind eigentlich los mit dir, Alter. Ich werd ein bisschen was verändern. Wo soll's denn hingehen? Ich wollte nur nach Hause. Das ist mein Sohn! Sie gehen wieder ins Haus oder ich mach Ihnen das Leben zur Hölle. Oh, Shane! Du kannst sie doch nicht mit meiner Mutter reden! Wenn du die Chance hättest, die Situation zu verändern, würdest du's tun? Wenn der Beat losgeht, hau rein. Du cruist durch die Straße. Ist klar. Ihr hört hier ein paar Jungs aus Campton. Ice Cube, Easy E und Dr. Dre. Ich sag's euch, hier wird Geschichte geschrieben. Die Leute haben Angst vor euch, aber ihr habt was zu sagen. Und das muss die Welt hören. Die wollen N.W.A.? Geben wir N.W.A. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, Gentleman. Was ist los? Was hast du da in der Tasche? Verarschst du mich? So'n Ding gehört nicht in den Bus. Diese Songs verherrlichen Gangs und Drogen. Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wieder. Habt ihr's irgendwie eilig? Das sind Künstler. Rap ist keine Kunst. Sie können nicht hierherkommen und einfach meine Klienten aufgrund ihres Aussehens schikanieren. Ich verspreche's dir. Von nun an wird sich alles ändern. Ich hab keine Ahnung von Hip-Hop. Und ehrlich gesagt ist es auch nicht mein Ding. Aber ich weiß, dass ihr was Besonderes seid. Du willst bei dem Gangsterscheiß mitmachen? Hauen wir rein. Erzähl ein bisschen Wahrheit und die Leute rasten aus. Das sind nicht die Crips oder Blatts. Das ist eine Drohung unserer Regierung. Wir wollen uns vorschreiben, welchen Scheiß wir spielen dürfen. Aber wir sind LWA. Yo, Dre. What up? I got something to say. Man, wenn wir weitermachen, können wir die ganze Welt übernehmen. Überheblichkeit. Die Leute haben Angst vor euch. Die denken, ihr seid gefährlich. Aber ihr habt etwas zu sagen. Und das... ...muss ich.